Sehen Sie noch, wenn er kommt, sehen Sie, wie es weiter ausmacht. Und eben, wenn es auf einem geraden Tunnel ist, ist es zu höher. Jetzt sehen wir, wie der Seil rausgeht. Diese Risse müssen wir regelmässig überprüfen und wenn sie zu gross sind, dann wieder raus. Das ist speziell mit dem Tick, den wir da einsetzen können. Wenn wir dann noch entspricht, wenn es? Das ist für Wadden. Wadden wir das? Mit der Sitzung? Es kam ein bisschen dringender. Was wir mit dem Tick? Das ist eine Sitzung? Wenn wir das Stamm sind, die Motor war, an das ich mir auch gehört habe, was das ist die Bordure, weil die Spannung geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank für's Zuschauen!